Sind Sie ready für das nächste Act? Hallo, grünen Damen und Herren! Das sind alle Fans. Und wir machen alles ganz laut. Was ist denn der Unterschied? Ein bisschen mehr Strahlen, ein bisschen Stimmen, ein bisschen Larchen. Das hat alles geschmackt. Darum zeigen Sie an dieser Stelle, wo es anfängt. Kommen Sie! Sehr gut, sehr gut. Ein grosser Dank an unsere Kampfe! Welcome to Stage 7! Ist jemand von Schwellheim da? Von Altschweil? Nicht gut, ist jemand von Altschweil da? Und was seid ihr von Lichtensteig? Für mitreissende Blöser-Einlage! Und sagen auch noch eines! Welcome on Stage! Schwellheim! Gute Abend, achtet! Einfach richtig! Jetzt geht es sehr los! Heute Abend, Samstagabend, vierten ab acht. Allerbeste Senderzeit! Und wir gehen live da rein! Elch Zell! Sind Sie bereit? Ja! Du kannst auch die Hände drauf! Das geht auch im Sitzen! Du kannst auch die Hände drauf! Sehr gut! Und jetzt klatschen! Und im Takt Elch Zell! Elch Zell! Elch Zell! Sehr gut! Die Stimme ist hier! Und bald kommt! Eine junge Dame! Von Pio Stage! Wir wollen euch noch ein Eisung tun! Das ist Tara! Und sie ist lange unterwegs mit dem Timo! Sie sind als Duo unterwegs! Danke! Heute ist ein ganz spezieller Abend, wo sie sich besonders darauf freuen! Zum allerersten Mal werden die Songs von dieser neuen Scheibe live performt! Und bereits ist der Release, der Titelsong von ihrem neuen Album in der Rotation von SRF 3! bereits in der Playlist von diversen Radiostationen! Und das wird doch schon mal viert besprechen! Elch Zell! Elch Zell! Einfach so weitermachen! Genau so weitermachen! Jetzt kommt ein Spiel dazu, das ihr alle kennt! Wenn ich Jazz sage, sage dann der! Jazz! 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 Der geht! Weiter klatschen! Schönen Tag! Alle zusammen! Und etwa 10 VK! Und noch nicht haben die Wände! Hören wir den schönen Tag! Alle zusammen! Die ganze Deckgasse! Wir sind alle unter dem Schirm! Wir sind alle entdeckten Gassen! Sehr schön! Lief den Steig! 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 Ja, wir sind verraten! Jetzt schauen wir, was wir gesanglich getroffen haben! Heidi 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 hei! Heidi Heidi Heidi! Heidi 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 Ninja Heidi Heidi Heil! Heidi 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 Hollywood Heidi 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 Heji hair! Heidi Heidi Heidi! ihr seid am Strand Sensationelle Stimme hier! H Demonkey e Kindle, von den 80er Jahren Jetzt kommt etwas, wer ihr kennt! Wenn ich live singe, singe dann na 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 na. Life is life! Na 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 na! Life is life! Na 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 na! Sensationell! Also die Technikass, die schönste Technikass für die Schweiz ist ready für den ganzen heissen Act. Heute habe ich da an den 2-3-igen Chaz-Tagen auf den Steig. Welcome on Stage! Dabou Fantastic! Guten Abend! Das ist eine Stimmung! Wir sind so richtig bereit! Wir sind 300 Helferinnen und Helfer an das Festival am Morgen! Danke! Nach intensiver Arbeit ist uns zurück und so etwas von Spitz auf live aufkommt! Und die haben wir alle vermisst in den letzten 3 Jahren! Ihr möchtet meis für The One and Only! Bienvenue und willkommen auf Stage! Stress! Yes! 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 Let's do the swimming tank! Platschen! No! No! Wahnsinn! Genau so! Platschen nur wieder! Und wir wissen was kommt! Wir wissen was kommt! Wir klatschen nicht ab! Wir klatschen nicht ab! Wir klatschen nicht ab! Im Chess sagen wir sagen wir Chess Day! Chess! Chess Day! Chess! Chess Day! Wird der Steig? Wird der Steig? Wird der Steig! Sieh jetzt auch! Das ist das großartigste Festival, das die Schweiz balut. Ist das so? Ja! Wird der Steig. Ist das so? Ja! Hier sind wir zehn. Oh, 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 oh. Gut, man merkt alles, was ich jetzt mal bin bei dir hier. Sind wir bereit? Oh, 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 oh. Ja, gut, gut. Wir schreiben ja über 2022, warum ich jetzt noch einen alten Forderung kippen. Huuuueee! Komm her, Lani! Handeln Sie! Huuuueee! Das ist gut! Huuuueee! 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 Stress! Huuuue! Vielen Dank.